ja leute willkommen auf der kanal ich denke schon mal wieder den job doch bevor ich den shop zeige wollte ich euch mal wieder nur sagen ihr könnt mich gerne abonnieren wenn ihr keine shop videos und andere videos verpassen wollt so leute so sieht dann der shop aus bei den vorgeschenkten gegenstehen haben wir dann an erster stelle ein bisschen taucher mit 2000 v bucks passend dazu hat er dann noch eine spitzhecke für 1500 v bucks der hört sich dann so an und dann noch eine hänge gleiter für 1500 v bucks an zweiter schl haben wir dann himmelsjäger für 2000 v bucks passend dazu hat er dann noch eine spitzhecke für 800 v bucks der hört sich dann so an bei den täglichen gegenstehen haben wir dann an erster stelle ja so eine sportskanonen für 1500 v bucks dann an zweiter schl haben wir dann fitnessrunde für 500 v bucks dann an dritte schl haben wir dann super für 800 v bucks dann an nächster schl haben wir dann die pümpelacker für 800 v bucks der hört sich dann so an an ein vorletzter schl haben dann voll ab lachen für 500 v bucks und an letztlich haben wir dann getan das ist nun hängegleiter für 500 v bucks den finde ich aber sowas war langweilig so leute das was damit den shop ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da aber natürlich muss sein und tschüss